Seit dem 17. November gilt der harte Lockdown. Bis jetzt merkt man noch nicht allzu viel von diesem Lockdown. Viele Menschen bewegen sich im Freien. Wie ist denn dein Eindruck? Ich finde, es hat sich nicht so viel verändert. Also, mehrere Leute haben Angst, aber so viel hat sich auch nicht verändert, weil es ist so die Leute gehen hier rum. Aber ich finde, wenn man so Abstand haltet und halt jetzt nicht in Clubs geht, die sind eh geschlossen jetzt, dann finde ich, ist das kein Problem. Wie oft am Tag verlässt du die Wohnung oder das Haus? Einmal, dann gehe ich spazieren und dann gehe ich wieder heim. Im Vergleich zum ersten Lockdown im Frühjahr ist ja jetzt beim zweiten, der seit 17. November gilt, doch viel mehr los. Woran glaubst du liegt das? Also, meine persönliche Meinung, ich glaube, dass die Leute sich einfach daran gewöhnt haben, rauszugehen und ich glaube, dass es die Leute halt nicht mehr nicht mehr stört oder dass die Leute halt einfach nicht mehr so viel Angst haben, sagen wir es so, weil am Anfang war ja Corona einfach noch ein bisschen neu und man war halt skeptisch und kritisch und ich glaube, jetzt haben die Leute sich halt langsam schon daran gewöhnt sozusagen und dass sie das halt nicht mehr so ernst nehmen, was eigentlich ja nicht gescheit ist, weil man müsste die Maßnahmen auf jeden Fall einhalten, was also meiner Meinung nach und ja, das denke ich. Das heißt, du hältst dich dran und verlässt nur einmal am Tag beziehungsweise die Wohnung, um zur Arbeit zu gehen, um dir die Füße zu vertreten? Genau, ja, ich arbeite halt jetzt zurzeit beim Samariterbund, deswegen bin ich halt schon öfter draußen, aber ansonsten gehe ich vielleicht mit meinem Bruder eben spazieren oder sowas, aber ansonsten verlasse ich eigentlich die Wohnung nicht. Das Haus oder die Wohnung verlassen darf man hier nur mehr aus bestimmten Gründen. Warum hast du das Haus oder deine Wohnung verlassen? Wie er schon gesagt hat, also heute bin ich einfach mit meinem Bruder ein bisschen spazieren im Donau, weil es war ein schöner Tag, Sonne ist und es ist einfach den ganzen Tag auch noch drin zu sein, ist ein bisschen Sauerstoffentzug, muss man ehrlich sagen auch und die Beine werden dann auch einfach lustig drauf, wieder was Sport zu machen. Man sieht ja immer wieder Leute joggen und so und deswegen bin ich halt rausgegangen. Im Vergleich zum ersten Lockdown im Frühling ist jetzt beim zweiten harten Lockdown ja doch sehr viel los. Wie nimmst du das Ganze wahr und woran glaubst du, dass das liegt? Warum im zweiten Lockdown sich die Leute weniger daran halten, ist für mich glaube ich relativ einfach, weil der ganze Angst und weil am Anfang war eben in der Zeitung, man hat nicht gewusst, die Langzeitfolgen weiß man auch noch immer nicht genau, gibt es eben die Gerüchte mit dem Geschmackssinn und sowas und da haben einfach Leute viel mehr Angst gehabt und jetzt ist es halt so, dass ich glaube ich viele Leute einfach damit eingelebt haben und auch das Risiko Corona zu bekommen eingehen. Du trägst deine Maske im Freien, machst du das immer und warum? Ich mache es nicht immer, aber ich mache es da wo mehr Leute sind und einfach nur für mich selber, es fühlt sich einfach besser an und auch weil meine Oma in der Risikogruppe ist und ich sie oft besuchen gehe deswegen. Wie nehmen Sie denn den zweiten Lockdown wahr? Du, wir haben schon die Übungen gemacht, oder? Jetzt gehen wir uns aus ein bisschen mit dem Lockdown, aber so angenehm. Im Vergleich zum ersten Lockdown ist ja viel mehr los. Warum glauben Sie, dass die Leute jetzt vermehrt aus dem Haus gehen als beim ersten Lockdown? Weil ich habe jetzt, wir haben die Erfahrung schon gehabt mit dem Lockdown, dem ersten Lockdown, April bis Juni und dem zweiten. Niemand ist so viel krank geworden und so, jetzt haben sie Vertrauen, auf die Straße zu gehen, mehr Leute zu sehen, keine Ahnung. Das heißt, Sie haben auch keine Angst, wenn sie auf die Straße gehen? Doch, doch, aber ich mache die ganze Klischee. Hande putzen, Alkoholgel, Desinfektion, da da da, Maske. Aber werden wir alles bekommen, wir wissen nicht wann und wie. Das ist so, das ist seine Pest, sein Virus, seine Grippe. Irgendwann, jeder hat sein Paket bekommen, oder? Wurge dir jetzt gut vier Meter.